So, schönen guten Morgen alle zusammen zum allerersten Zillumium ever, der virtuell stattfindet. Zurzeit ist es nicht so leicht, alle sitzen im Homeoffice. Wir sind sehr dankbar, dass sie trotzdem in großer Anzahl virtuell dabei sind heute und dass wir unser Event heute mal auf eine ganz andere Art und Weise zusammen verbringen werden. So, hallo zurück und weiter im Programm zum letzten Abschnitt. Wir kommen zum vorletzten Vortrag, den wir für heute mit dabei haben. Und zwar geht es diesmal um zehn Fragen an ein Digital Asset Management System, vorgestellt von Nadja Sokol, von unserem langjährigen Partner Colt Digital, einer der Hauptsponsoren heute und unserem allseits bekannten und beliebten Christoph Zeiko. Ja, was habt ihr heute mitgebracht? Hallo Michael. Hallo Nadja. Hallo Christoph. So, ich würde einmal die Präsentation aufmachen. Wenn du mir die Moderationsrechte übergeben wirst. Jawohl, da hat noch ein Klick gefehlt. Jetzt aber. Ah, perfekt. Jetzt aber. So, und den Christoph sehen wir noch nicht und ich schalte mich weg. Jetzt aber. Super. Da ist er. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Neun Fragen an ein GAMS-System. Warum neun Fragen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Bevor wir mit dem Vortrag beginnen, würde ich gerne einen kurzen Exkurs starten, wie es denn zu diesem Vortrag gekommen ist. Ursprünglich war an der Stelle ein Kundenvortrag aus einem aktuellen Projekt geplant gewesen. Allerdings aufgrund der Corona-Krise wurde dieser kurzfristig abgesagt und in die Zillumium, in die Live-Zillumium im Januar vertagt. Deswegen haben der Christoph und ich uns gemeldet, hier freiwillig einen Vortrag zu halten und nachdem wir uns einfach nicht entscheiden konnten, wer denn den Vortrag hält, haben wir uns zusammengetan und wollen gemeinsam über Fragen an ein GAMS-System referieren. Vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Nadja Sokol. Ich bin Projektleiterin bei der Firma Kolb Digital und neben den klassischen Projektleiter-Tätigkeiten bin ich auch aktiv in Anforderungs- und Konzeptionsphase involviert als Zillum Consultant und unterstütze das Projektteam in konfigurativen Tätigkeiten. Ja, mein Name ist Christoph Zeiko. Hallo in die Runde, grüß Gott. Arbeite bei Zillum heute ganz alleine im Office, im Headquarter in Linz. Bei Zillum zuständig als Solution Architekt, die Anforderungen unserer Kunden so umzusetzen, dass man es mit unserer Software ideal abbilden kann und heute hauptsächlich für die Dialektvielfalt in diesem Webinar. Die Firma Kolb Digital, wie der Michael gerade schon gesagt hat, wir sind langjähriger Zillum-Implementierungspartner und haben im Laufe der Zeit viele Projekte erfolgreich zum Go-Live geführt, danach betreut und betreuen auch heute noch. Und im Zuge dessen haben wir die unterschiedlichsten Konzeptionsphasen mit den unterschiedlichsten Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen durchgeführt und dabei stehen aber immer wieder zentrale Fragen, zentrale Themenstellungen im Raum und wir möchten heute gerne einen Überblick über diese Fragestellungen geben und erklären, wie wir damit umgehen. Es soll natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit entstehen, weil in den 20 Minuten wir natürlich nur den Überblick geben können. Jetzt die Frage, warum wir nur noch von neuen Fragen sprechen. Wir möchten natürlich eine gewisse Spannungskurve aufbauen und das Geheimnis um die zehnte Frage werden wir am Ende der Präsentation lüpfen. Der erste große Themenbereich, den wir uns anschauen wollen, sind die Upload-Prozesse und die damit verbundene Frage, wie übernehme ich meine Daten ins DAM-System? Dabei schauen wir uns einmal die Neudaten an, also sprich die Daten, die ich zukünftig erwarte und in mein DAM-System integrieren, hochladen, übernehmen möchte. Dabei gibt es verschiedene Datenquellen, die wir analysieren. Sind es Fotografen, die uns Bilder shooten, zur Verfügung stellen, Agenturen, die Fotomontagen zur Verfügung stellen, Lieferanten, die Bilder bereitstellen oder eben auch eigen erstellte Dateien, die beispielsweise Präsentationen oder eben auch systemgesteuert automatisiert generiert Daten, beispielsweise Strichzeichnungen, 3D-Daten. Wenn wir uns die Bestandsdaten anschauen, sind hier vor allem die interessante Frage, wo liegen denn meine Daten und welche Daten habe ich denn bereits in meinem Unternehmen? Diese Frage wird oft mit einem kleinen Ja beantwortet. Ja, ich weiß, welche Daten habe und natürlich weiß ich auch, wo die Daten liegen. Je tiefer wir in diese Konzeption, in die Analyse einsteigen, desto überraschter ist man oft, welche Daten sich denn wo im Unternehmen befinden und hier haben wir beispielsweise Daten, die bereits in bestehenden Systemen verwaltet werden, klassische Pfeilstrukturen, auf denen die Daten teilstrukturiert liegen oder eben auch lokale Datenträger wie Festplatten, USB-Sticks oder eben auch CDs, die in den Schubladen von einzelnen Mitarbeitern liegen. Die interessante Frage ist hier natürlich auch, um entscheiden zu können, welchen Weg ich denn gehe, um meine Daten ins Damm übernehmen zu können, wenn welchen Datenmengen sprechen wir hier. Sind es beispielsweise PowerPoint-Präsentationen, die ich einmal im Jahr neu erstelle und zwischendrin nur aktualisiere oder spreche ich hier von Produktbildern, die vielleicht hundert- oder sogar tausendfache im Monat in das neue Damm-System übernommen werden sollen. Ich weiß nicht, Christoph, hast du noch Erfahrungen mit Disketten sammeln können? Ich bin immer sehr nett und interessant. Disketten kenne ich noch. Ja, den jüngeren Kollegen hier über CELUM muss mir mal erklären, woher dieses Speichersymbol im Word kommt, dass das eine Bedeutung hat. Und bei meinen ersten Projekten hier bei CELUM habe ich sogar noch Kunden kennengelernt, die sich Datenträger per Fahrradkurier liefern, leasen. Gibt es aber meines Erachtens auch heute noch. Ich werde Ihnen jetzt nicht im Detail die technischen Möglichkeiten herabbeten, die die CELUM bietet, Daten ins Damm zu überführen. Wichtig ist es für das Verständnis zu verstehen, dass es viele Datensilos bei Ihnen im Unternehmen gibt und so wie die Nadja auch gesagt hat, es wird wohl mehr geben, als Ihnen bewusst ist. Aber sehr relevant und sehr essentiell ist es, zuerst das Vertrauen zu haben, dass wir die Daten in ein strukturiertes System überführen können. Zweitens, dass das nicht alles auf einmal passieren muss. Und drittens, dass wir das schaffen, indem wir zuerst starten, die aktuellen, die tagesaktuellen Prozesse zu übernehmen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mit Flowboards den neuesten Ansatz, dass wir wirklich sagen, wir starten mit einem Damm-System und lassen schon agil den Content reinfließen und können dann parallel größere Datenmengen über den notwendigen Importer-Schnittstellen oder sonstiges reinfließen lassen. Schauen wir zur zweiten Frage. Hierbei geht es um die Datenqualität. Warum ist Datenqualität in meinem Damm-System so wichtig und vor allem, wie kann ich diese sicherstellen? Wenn wir von Datenqualität sprechen, sprechen wir natürlich einmal von der Metadatenqualität, also der Qualität der Daten, mit denen ich mein Asset anreichere, um es später möglichst schnell wiederfinden zu können und eben natürlich die Datenqualität des Binary selber. Wenn wir den Prozess in einem Damm-System betrachten, haben wir vorweg einmal die Upload-Prozesse. Das heißt, wir werden unterschiedliche Datenqualitäten eingeliefert, die ich dann entsprechend im Metadatenpflegeprozess mit weiteren Informationen anreichere, um sie dann entsprechend freizugeben und der, ich nenne es mal, Zählung-Community zur Verfügung zu stellen und den verschiedenen Ausgabekanälen. Wenn ich mir jetzt ein Beispiel rauspicke aus einem Ausgabekanal, beispielsweise den Online-Shop, dann ist relativ klar definiert, wie denn hier das Zielformat sein soll, das ich am Ende im Shop darstellen möchte, beispielsweise das Produktbild in einer quadratischen Abbildung als PNG. Wenn ich mir anschaue, dass ich vorne im Prozess viele unterschiedliche Datenqualitäten geliefert bekomme, sehe ich auch gleich, dass ich natürlich eine gewisse Form der Transformation der Konvertierung vornehmen muss, bevor ich die Daten im Online-Shop präsentiere. Die Konvertierung selber ist erstmal nicht die Herausforderung. Die Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Ausgangsszenarien zu definieren und die Komplexität dann zu entscheiden, welcher Konvertierungsprozess bei welchem Ausgangsszenario angewendet wird, damit ich eben mein quadratisches Bild im Online-Shop anzeigen kann. Wenn ich mir den Freigabeprozess anschaue, habe ich hier natürlich die Möglichkeit, entsprechend eine Freigabe, in der Freigabe die Datenqualität sicherzustellen. Das heißt, ich habe Sichtprüfungen, ich prüfe vielleicht noch Abmessungen, gewisse Standards auf meine Assets, ich prüfe die Metadaten, ist auf jeden Fall möglich, aber natürlich mit einem hohen Prüfungsaufwand verbunden. Je nachdem, wie viele Assets ich durch meinen Prozess bewege, muss ich mir natürlich überlegen, ob ich entsprechende Kapazitäten auch zur Verfügung habe. Wenn ich weiter vorne in den Prozess gehe, und mir den Upload-Bereich anschaue, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, vorweg schon mit den Fotografen und den Agenturen entsprechende Briefings auszutauschen. Das heißt, hier lege ich meine Mindeststandardsdefinitionen, meine Mindestqualitäten fest, die ich erwarte. Allerdings erfahrungsgemäß ist es ein etwas längerer Weg, bis dann wirklich diese Briefings auch so gefestigt sind, dass wirklich nur noch mein gewünschter Standard angeliefert wird. Ja, und was wir gerade in Zeiten wie diesen aber eigentlich ganz generell sehen, ist, dass unsere Kunden, Marketingabteilungen, schnell und zielgerichtet kommunizieren wollen, aber trotzdem den Qualitätsanspruch nicht runterschrauben wollen. Das ist auch gut so. Da versuchen wir zu helfen, indem wir alles, was technisch möglich ist, möglichst automatisieren. Technische Qualitätsprüfungen sind zumeist keine Themen, die wirklich eine Person machen muss. Ob jetzt ein Bild, die ausreichend Pixelmaße hat, das können wir extrem gut feststellen. Wir gehen aber inzwischen auch einen Schritt weiter, wo wir Ihnen als Entscheider wirklich visuelle Marker setzen, Automatismen setzen im Sinne von Bilder, die Ihren Kriterien nicht entsprechen, die kommen gar nicht in Auswahlen rein. Oder jetzt auch ganz neu, Kollege Eisel hat es ja vorher schon präsentiert, die Ähnlichkeitssuche, Neudeutsch, Similarity Search, wo es darum geht, Ihnen schnell zu zeigen, habe ich ein Duplikat oder habe ich denn ein Bild, das schon ähnlich ist hier. Und hier wollen wir wirklich nicht nur die technische Datenqualität, sondern eben auch die visuelle Qualität sichern darüber, um hier Geschwindigkeit aufzubauen und im nächsten Schritt, nämlich in der Datenpflege, auch etwas schneller zu sein. Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt, die Datenpflege. Erfahrungsgemäß ist die Datenpflege der größte Aufwand im gesamten Damp-Prozess eines Assets für die Unternehmen. Das heißt, ich muss mir natürlich hier die Frage stellen, wie kann ich bei der Datenpflege unterstützen und wie kann ich diese eventuell reduzieren. Wenn ich mir überlege, ich habe vielleicht 6.000, 60.000, 600.000 oder vielleicht noch mehr Assets in meinem System und ich habe jetzt hier beispielsweise meine PowerPoint-Präsentation und suche ein geeignetes Content-Bild, dann möchte ich mich natürlich nicht durch hunderte von Seiten klicken, um gezielt mein Asset zu finden, was jetzt speziell für meinen Fall hier für meinen Slide passen würde. Auch je mehr Assets ich im System habe, wird es mit einer Volltextsuche entsprechend schwerer, weil auch da das Suchergebnis, wenn ich dort beispielsweise Keyword eingebe oder Schlüssel eingebe, entsprechend hoch ist und ich mich wieder durch verschiedene Seiten klicken muss, um mein passendes Asset zu finden. Wie wir es heute im Online-Shopping alle schon kennen, wollen wir natürlich die Facetten-Suche nutzen. Das heißt, wir möchten uns durch Filterkriterien an mein Zielasset heranhangeln. Das bedeutet, dass ich mir erstmal belege, okay, ich habe ein Content-Bild haben, ich möchte vielleicht eine TIFF-Datei haben, das wäre wünschenswert, wenn es ein Bild auf dem Ice-Doc wäre, das heißt, ich habe hier als Datenquelle beispielsweise Ice-Doc, die ich mit auswähle und gebe dann noch die Begriffe, die Keywords, wie zum Beispiel Schlüssel und Hand mit und erhalte ein überschaubares Suchergebnis aufgrund dieser gesetzten Filter und komme relativ schnell damit an mein Asset. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, je mehr Metadaten ich pflege, desto idealer kann ich die Facetten-Suche einsetzen. Je mehr Metadaten ich pflege, desto mehr Aufwand habe ich auch. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich meinen Datenpflegeaufwand reduzieren, um eben hier entsprechend Kapazitäten auch einplanen zu können. Zu den Datenpflegen, insbesondere von den Keywords, geht es natürlich nicht nur darum, wie pflege ich diese an einem Asset, sondern wie sieht denn meine Keyword-Struktur aus und wie gehe ich hier vor allem mit der Mehrsprachigkeit um. Ja, und weil wir ja schnell Medienmaterial, kreativen Content auf den Point of Sales bringen wollen und uns möglichst wenig mit der Datenpflege auseinandersetzen wollen, allerdings auch erkannt haben, dass dies ja wichtig ist, darf Ihnen so viel gängige Best Practices mitgeben, die wir immer mehr und mehr bei unseren Kunden erleben. Das Erste ist, bei uns auf ein kontrolliertes Vokabular, was bedeutet das. Ich setze über Schlüsselwörter, über die Möglichkeiten, die ein DAMM-System hat, Vokabular auf, das ich bei mir im Unternehmen verwende, um hier auch Fehler zu vermeiden. Im einfachsten Sinne wäre das zum Beispiel die Dialektvielfalt, die wir haben. Es gibt das Rad, Fahrrad und das Velo, das ist in Wirklichkeit ein Datenobjekt. Zweite Sache, bauen Sie auf Massenabdates. Es gibt Schnittstellen, es gibt Excel-Tools, es gibt Datenbank-Tools, mit denen man das machen kann. Und jetzt zwei ganz große Trends und die sehen wir, dass die wirklich wichtiger und wichtiger werden und die sehr, sehr spannend sind, eben auch zum Einsetzen am Markt. Übersetzung Services, binden Sie die an, da gibt es viele Möglichkeiten und Plugins dahinter. Und sind schlau, lassen Sie andere die Arbeit für sich tun. Künstliche Intelligenz ist unseres Erachtens inzwischen wirklich so weit, dass man sich sinnstiftend auch für diesen Job einsetzen kann. Sie sehen hier jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo wir eine künstliche Intelligenz mal über dieses Bild drüber gehen lassen haben. Und es nimmt Ihnen erfahrungsgemäß 80 bis 90 Prozent der Arbeit ab. Am Ende des Tages schaut man als Menschen nochmal drüber, gibt es frei und hilft der KI zu lernen. Aber es ist wirklich ein ganz toller Trend und der ist auch wirklich sinnstiftend hier. Ja, eine Sache, die viele, viele Kunden ganz intensiv nutzen, auch der eine oder andere Vorredner ist sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, sind die Lizenzrechte. Ich hoffe, dass wir keinen unter den Zuhörern haben, die mit der Verletzung der Lizenzrechte schon in Berührung gekommen sind, denn das kann durchaus sehr, sehr teuer werden. Das heißt, wir müssen uns in der Konzeptionsphase intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und sicherstellen, dass diese Informationen im Datenmodell verankert sind, dass sie prozessual abgebildet sind und wir dahingehend die rechtlichen Bestimmungen einhalten können. Das heißt, ich muss auf jeden Fall an einem Asset pflegen, wo darf ich es dann überhaupt verwenden, unter welchen Voraussetzungen darf ich es verwenden, bin ich beispielsweise an irgendwelche Auflagen gebunden, wie lange darf ich es verwenden und habe ich Personen im Bild, von denen ich eine entsprechende Einverständniserklärung habe. Wenn wir wieder unser Beispielbild hier nehmen, ich nenne sie mal Laura. Laura hat sie shooten lassen und wir bilden sie in unserem Online-Shop ab und geben sie in sämtlichen Ausgabe-Kanälen, in Marketing-Kampagnen wieder, hat uns eine Einverständniserklärung unterschrieben, ruft diese allerdings nach zwei Wochen aus persönlichen Gründen wieder zurück. Das heißt, ich stehe unter dem Druck oder der Herausforderung, möglichst schnell darauf reagieren zu müssen und diese Bilder aus der Veröffentlichung, aus den verschiedenen Veröffentlichungen wieder rauszunehmen. Das heißt, ich gehe natürlich in mein DAM-System, möchte nach Laura Weber suchen können, möchte meine Auswahl von Assets bekommen, auf denen Laura Weber abgebildet ist und dann eben entsprechende Maßnahmen einleiten, um die Veröffentlichungen zu stoppen. Damit einher geht natürlich nicht nur dieser manuelle Schritt, sondern auch, wenn Lizenzrechte auslaufen. Im Idealfall lasse ich mich vorher noch informieren, Achtung, da läuft ein Lizenzrecht aus, vielleicht möchte ich es nochmal verlängern oder aber ich möchte natürlich automatisiert, wie es die Veröffentlichungen entsprechend zurückgenommen werden, aus den Ausgabekanälen, um hier einfach die Einhaltung der Lizenzrechte sicherstellen zu können. Auch hier wieder in der Konzeption ein ganz wichtiger Schritt. Sonst schlau, denken Sie mit, solange Mitarbeiter zum Beispiel im Unternehmen sind, haben Sie grundsätzlich oft kein Problem, dass Ihre Bilder verwendet werden. Dennoch benötigen wir in einem vernetzten Damm-System, wo Bilder im Damm-System sind, auf der Webseite, im Intranet, die Möglichkeit, sehr, sehr schnell reagieren zu können. Schnell reagieren, ich darf Ihnen hier vorstellen, einer der Zählung-Mitarbeiter, für das Internet-Controlling zuständig bei uns, haben wir durch eine Gesichtserkennung laufen lassen. Was hilft mir das? Ich kann sehr, sehr schnell identifizieren, auf welchen Bildern, auf welchen Medienmaterialien Mitarbeiter oder Personen drauf sind. Und wenn wir jetzt an die Datenschutz-Grundverordnung denken, gibt es ja auch da Regelungen, die von besonders schützenswerten Interessen ausgehen. Bildern von Kindern zum Beispiel, die ja trotzdem im Marketing hin und wieder verwendet werden. Nutzen Sie das, kennzeichnen Sie es. Sie sind sicherlich sehr, sehr froh, wenn Sie dann sollten sich irgendwelche Themen ändern oder man schnell reagieren will, dass man die Grundvoraussetzung geschaffen hat. Und nehmen Sie sie ein, zwei Stunden Zeit und diskutieren Sie vor allem zum Thema Lizenzrechte, auch von Bildern, von Stock-Content, wie dem Implementierungspartner. Das schadet nicht. Die zwei Stunden, die hat man dann später sehr, sehr schnell wieder hereingeholt. Das bringt uns ja dann auch schon wieder eigentlich zur nächsten Frage, die wir beantworten müssen. Nadja? Die Freigabe, die Datenfreigabe. Wenn wir in der Konzeptionsphase sind und mit den Kunden über den Freigabeprozess sprechen, wird meistens, lautet die Antwort, dass der Freigabeprozess ganz unkompliziert ist und auch komplett klar ist, je tiefer wir in die Analyse einsteigen, je tiefer wir in die Diskussion einsteigen und mit den mehr Beteiligten besprechen, desto komplexer sind diese Prozesse oft. Das heißt, ich möchte natürlich meinen Freigabeprozess in seiner Komplexität im DAM-System abbilden können. Das Weiteren ist es so, ich kann nicht von dem einen Freigabeprozess sprechen, denn ich habe für unterschiedliche Datenquellen, für unterschiedliche Datentypen mit Sicherheit unterschiedliche Prozesse. Das heißt, ich möchte eine gewisse Flexibilität hier haben. Das heißt, wenn ich ein Produktbild habe und ein Imagebild, so wird vielleicht beim Imagebild entsprechend beim Freigabeprozess darauf geachtet, dass wir hier, wenn das Bild beispielsweise von Eisdorf kommt, dass wir hier eine Kostenfreigabe haben und vielleicht gar nicht so sehr auf die Datenqualität selber achten. Hingegen, wenn ich ein Produktbild habe, steht vielleicht die Datenqualität mehr im Vordergrund, die ich eben entsprechend in meinem Freigabeprozess unterlegen möchte. Freigabeprozess, ich bewege in meinem DAM-System mitunter sehr, sehr hohe Mengen an Assets. Ich muss meine eigenen Kapazitäten entsprechend einplanen können. Das heißt, ich möchte natürlich auf einen Blick sehen können, wo befindet sich denn welches Asset in welchem Status. Also welche Assets sind gerade in Korrekturschleifen, welche Assets liegen derzeit bei mir zur Kontrolle oder zur Freigabe und welche Assets erwarte ich in der Zukunft noch. Auch die Freigabe selber, die Erteilung der Freigabe, möchte ich natürlich komfortabel haben, ähnlich wie es hier mit dem Stempel abgebildet ist, möchte ich meinen Button drücken und dann die entsprechenden nachfolgenden Prozesse, weil damit stelle ich ja das Ziel um verschiedenen Ausgabekanälen, verschiedenen Personenkreisen zur Verfügung, dass diese entsprechend automatisiert abgebildet werden. Ja und dann kommen wir mal zur Gerätchenfrage, wie passt denn ein Prozess und Agilität beziehungsweise Flexibilität zusammen? Da würden wir es im ersten Moment postulieren, gar nicht. Was ich mir persönlich immer sehr nett finde, ist, ich betreue die Kunden schon bevor sie Kunden sind, also oft in der Ausschreibungsphase auch und da ist immer so die erste Frage, wissen Sie denn, wie Ihre Prozesse sind? Da kommt die Pistole geschossen, selbstverständlich, unsere Prozesse sind klar und strengend definiert. Dann bildet man sie ab und dann kommt man dann mitten im Prozess drauf, so, hm, da müssen wir da das Marketing nur mit reinnehmen, ob, da brauchen wir das Legal noch dazu. Und da darf ich einfach mitgeben, jetzt auch in der Konzeption von so einem Damm-System, behalten wir uns eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Agilität, um eben auch ganz schnell reagieren zu können. Wir erleben es immer mehr und mehr, dass gerade Marketing-Teams, die vielleicht verteilt arbeiten, jetzt dann sowieso ganz schnell und kollaborativ auch zusammenarbeiten wollen. Die wollen sofort sehen, wo ist denn der Status, der Marketingleiter, der Teamleiter, der Projektleiter oder die Projektleiterin möchte das sehen. Und da ist es für uns einfach sehr, sehr wichtig, Sichtbarkeiten zu schaffen, um diese Flexibilität einfach auch schon mit zu bedenken. Also hier nochmal, das hat schon einer der Vorredner auch gesagt, lieber mit simplen Möglichkeiten starten, die dann später wachsen können, als ganz komplexe und tief strukturierte Vorgaben zu machen. Das bringt uns ja eigentlich schon wieder zur sechsten Frage, ein ganz großes Passwort. Usability. Change Management hat absolut seine Daseinsberechtigung und ist mittlerweile Bestandteil in nahezu jedem Projekt. Wir werden gerade mit der Einführung eines neuen Systems von den gewohnten Prozessen auf neue Prozesse umsteigen und wir haben immer Personenkreise, die vielleicht nicht ganz so technikaffin sind oder andere Gründe haben, sich gegen diesen neuen Prozess zu wehren. Je mehr wir diese User an die Hand nehmen und je mehr Unterstützung wir Ihnen bieten, um sich im System intuitiv bewegen zu können, desto leichter werden die Personen sich tun, an die neuen Prozesse zu gewöhnen. Das heißt, wir stellen natürlich in den Fokus, dass die wichtigsten Informationen auf einen Blick ersichtlich sind und wir beispielsweise Lizenzbestimmungen visuell nochmal hervorheben, damit sich der User nicht nochmal gezielt an das Asset bewegen, die Metadaten öffnen und hier Lizenzen prüfen muss, sondern wir können mit einem kleinen Icon, mit einem Copyright-Zeichen, hier eine gewisse visuelle Hervorhebung und Unterstützung leisten. Das Weitere möchten wir natürlich, Ziel ist es, die Assets-Suche zu ermöglichen und zu vereinfachen. Das heißt, auch da sollten wir definitiv dem User unter die Arme greifen und ihm Hilfsmittel an die Hand legen, entweder durch die Konfiguration der Asset-List, dass wir hier nochmal gezielt drauf eingehen oder eben auch, wie ich mir Suchvorlagen speichern kann, um hier möglichst schnell und einfach durch die Umgewöhnungsphase zu manövieren. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten noch, hier User zu unterstützen. Ich bin dem Daniel Brand von Horsch sehr dankbar, dass er uns vorher einen ganz kurzen Blick in sein Ziel umwerfen lassen hat hier auf der Bühne. Was hier nämlich ganz perfekt umgesetzt wurde, ist eine der ganz großen Kernprinzipien, die wir bei unseren Damm-Projekten haben, ist, bauen wir vertraute Bedienkonzepte und versuchen wir es möglichst einfach zu halten. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, die ich hier vermitteln möchte und die wir wirklich auch mitgeben, auch wenn viele technische Möglichkeiten da sind. Und wir als IT-Affine, und das sind Marketers heutzutage, auf jeden Fall auch über faszinierte Suchen sprechen, mehrdimensionale Metadaten und so weiter, bauen wir auf einfache Möglichkeiten, den Benutzer abzuwenden, visuelle Kennzeichnungen, einfache Video-Tutorials und bleiben wir bei vertrauten Bedienkonzepten. Also ein tolles Beispiel, Workflows kann man sehr simpel umsetzen, indem man Assets von A nach B verschiebt. Ich brauche nicht immer ganz komplexe Tools rundherum bauen. Und die stringente Nutzung, wir als Projektteam sind die Ersten, die mit den Möglichkeiten arbeiten sollten, um das auch wirklich vorzugeben. Und hin und wieder muss ich schmunzeln, wenn ich von Zähl- und Benutzern einen WeTransfer-Link bekomme, dann würde ich gerne einen Screenshot dieser einen Slide weiterschicken. Wir haben immer wieder von Ausgabekanälen gesprochen. Wir unterscheiden dabei einmal in der Automatisierung, also sprich, wenn wir Daten an andere Systeme weitergeben und eben von der Datenweitergabe, der Datenverwendung durch einzelne Personen oder Personenkreise. Gerade wenn es einzelne Personen sind, möchte ich natürlich eine gewisse Flexibilität haben. Gerade wenn ich mir den Printbereich, die Katalogproduktion, einmal als Beispiel heranziehe, ist es hier so, dass ich immer Bilder in den unterschiedlichsten Varianten verwende. Je nachdem, wo ich mich befinde, bin ich gerade im Banner, bin ich auf dem Katalog. Je nachdem muss das Zusammenspiel harmonisch auf der gesamten Seite, auf der gesamten Darstellungsfläche wiedergegeben werden. Ziel ist es natürlich nicht, dass wir die unterschiedlichen Varianten, die die verschiedenen User von den Assets haben, im Damm vorrätig halten, sondern dass wir einfach Möglichkeiten bieten, hier Flexibilität im Download-Prozess, in den Download-Formaten, sich die Daten gemäß Anforderungen oder dem Verwendungszweck aus dem System herunterladen zu können. In dem Falle arbeiten wir sehr, sehr gerne mit dem Image-Editor oder mit Interceptoren oder eben auch mit den Download-Formaten, die uns eben genau diese Flexibilität an der Stelle bieten. Flexibilität in diesem Fall, aber auch im Sinne von Geschwindigkeit und weltweiten Zugriff, das ist nämlich schon ein ganz großes Thema, was wir bei vielen Kunden immer mehr und mehr miterleben, vor allem auch in der Ausspielung. Wir agieren global, wir agieren weltweit. Benutzer sind es allerdings nicht gewillt, wenige Sekunden auf die Auslieferung von Content zu erarbeiten. Ganz großer Trend aktuell CDN, Content Delivery Networker hier, wo es eben auch darum geht, zum Beispiel Delivery-Module anzubinden, um Bilder und Videos im Blitz-Tempo sozusagen zu verteilen. Unterschiedliche andere Möglichkeiten natürlich auch vorhanden, aber wirklich ein ganz, ganz großer Trend meines Erachtens aktuell, vor allem dann Richtung E-Commerce, sind diese CDN-Tools und das bringt uns ja dann eigentlich schon wieder zur achten Frage, wenn man so tolles sagt, wo ich es hier heute in dieser Präsentation, nämlich dem automatisierten Datenaustausch. Ja, natürlich möchte ich meine Daten nicht nur einzelnen Personen oder Personengruppen zur Verfügung stellen, sondern ich möchte natürlich auch andere Systeme an mein Damm-System anbinden. Das heißt, ich muss mir natürlich erstmal einen Überblick über meine Systemlandschaft verschaffen und mir überlegen, welche Systeme kann ich mit Informationen, mit Assets aus dem Damm anreichern oder vielleicht welche Informationen, mit welchen Informationen möchte ich meine Assets in Damm aus einem anderen System anreichern. Hier spielt natürlich die Anbindungsform eine zentrale Runde, das heißt, ich muss mir überlegen, möchte ich hier beispielsweise eine Integration vornehmen. Die technischen Voraussetzungen sind auf jeden Fall in der Konzeptionsphase zu klären. Das heißt, habe ich beispielsweise eine Rest-API, die ich für die Datenweitergabe nutzen kann oder muss ich mir hier andere technische Möglichkeiten suchen. An das Weiteren, was da mit reinspielt, sind auch die infrastrukturellen Voraussetzungen, die gegeben sind. Das heißt, ich muss eine Kommunikation zwischen beiden Systemen natürlich erstmal grundsätzlich möglich machen und mir überlegen, vielleicht gibt es irgendwelche Sicherheitsrestriktionen, die es an der Stelle zu berücksichtigen gilt. Ganz besonders Spaß macht mir an der Stelle immer die Prozessdefinition, die gerade in der Konzeptionsphase meistens einen relativ großen Wert mit einnimmt, gerade auch in der zeitlichen Sicht und in der Intensität, denn je feiner ich eine Schnittstelle, eine Automatisierung definiere, desto einfacher wird hinten raus die Implementierung, weil es für mich einfach keine Überraschungen mehr gibt. Dabei muss ich natürlich einmal schauen, welche Assets möchte ich denn genau in welchem Prozessschritt, wie in welcher Form an das andere System übergeben. Habe ich hier beispielsweise eine Range an Assets, zum Beispiel Produktbilder, die ich weitergebe, oder möchte ich eben eine gewisse Auswahl ermöglichen. Das bedeutet, dass ich einfach hier mit der Information auch mitliefern muss. Auch die zeitliche Komponente spielt eine wesentliche und tragende Rolle bei der Fragestellung. Dann habe ich hier viele Daten, die ich beispielsweise CronShop gesteuert, einmal nachts in das andere System transferiere, oder habe ich hier eine Live-Abfrage, die direkt aus dem Onlineshop beispielsweise getriggert ist. Ja, das Stichwort zeitliche Komponente ist ein ganz wichtiges, darum werde ich ein bisschen auf die Tube drücken jetzt. Wenn es um die Verfügungstellung von Assets gibt, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir grundsätzlich bieten. Hier nochmal diskutieren Sie ein bisschen mit dem Implementierungspartner über die Möglichkeiten. Und meine ganz große Bitte, man muss das Rad nicht immer neu erfinden, man muss es nicht überkomplex machen. Oft reicht ein ganz einfacher Delivery-Server, also die Möglichkeit, Daten vorzuhalten. Und bei ganz, ganz vielen Themen haben wir die Probleme schon mal gelöst. Es gibt einen großen Marktplatz zum Beispiel, um über solche Themen zu gehen. Damit kommen wir zu unserer neunten Frage. Ich möchte natürlich unabhängig erst einmal von meinem Zähl und mit meinen Assets arbeiten. Warum? Klassisches Beispiel. Ich bin auf dem Weg zu einem Kundentermin. Ich habe meine PowerPoint-Präsentation vorgearbeitet und möchte jetzt einfach nur noch meine letzten Zahlen aktualisieren, die ich dort enthalten habe. Ja, ich weiß nicht, ob es an meiner Person liegt, aber die Deutsche Bahn ärgert mich relativ oft. Das heißt, just in dem Moment, wo ich natürlich im Zug an der Präsentation arbeiten möchte, ist das WLAN ausgefallen und ich habe keine Möglichkeit, an mein Assets zu kommen. Wünschenswert ist es natürlich für mich nicht, dass ich meine Daten irgendwie sicherheitshalber bei mir noch lokal ablege. Das heißt, mein Wunschszenario, oder dass der Unternehmen der Kunden an der Stelle an ein Damm-System ist natürlich, möglichst unabhängig erst einmal vom Zählum arbeiten zu können, mit den Daten, die sich am Zählum befinden. Wichtig dabei ist natürlich gerade für die Unternehmen, dass alles, was Richtung Rechte-Konzept und DSGVO einhergeht, dass die natürlich entsprechend berücksichtigt werden. Ihr habt übrigens beruhigen, es ist nicht nur eine Eigenart der Deutschen Bahn, dass das WLAN hin und wieder rausfällt. Beruhigt. Der Trend mit diesem lokalen Arbeiten oder lokalen Sichern ist definitiv gegeben. Wir sind sehr froh, jetzt im Consulting hier ein paar zusätzliche Möglichkeiten, Stichwort Zählumtreif zu haben. Wichtig ist aber dabei eben auch, auf die Berechtigungen zu achten und auch sicherzustellen, dass nicht jeder Mitarbeiter Content rausziehen kann und den dann weitergibt. Auch hier wieder eine ganz große Sache aus der Praxis, sind schlau, überlegen wir uns, wie wir denn vorhandene Tools integrieren können. Viele von Ihnen werden zum Beispiel ein SharePoint im Einsatz haben, wo man auch Content aus Zählum automatisiert über Standard-Plugin hingeben kann. Es gibt Tools wie Zählumtreif zum Beispiel oder eben die Möglichkeit Richtung E-Commerce von den Kollegen von SAP zum Beispiel Daten auszuspielen, was mir hier auch einiges an Unabhängigkeit beschafft. Ja, und jetzt haben wir unsere neuen Fragen geklärt. Wollen wir das Geheimnis über unsere zehnte Frage lüften und nicht länger die Spannung aufrechterhalten? Die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage in jedem Projekt, insbesondere in der Konzeptionsphase, gibt es noch Fragen? Denn am Ende von der Konzeptionsphase, wenn wir diese verschiedenen Themen und noch mehr Themen besprochen haben, sollte diese Frage ganz klar mit einem Nein beantwortet werden können. Ja, super. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da recht ausführlich auch so ein bisschen in die Tiefe gegangen seid. Ich denke, viele Punkte waren durchaus spannend, auch für andere bestehende Kunden oder solche, die es werten wollen, die heute dabei sind. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir stellen alle weiteren Fragen dann einfach direkt. Und ja, herzlichen Dank euch beiden, liebe Nadja, lieber Christoph, dass ihr wie immer charmant diese Session geleitet habt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020